hi leute willkommen zurück in diesem neuen video heute werden wir uns mal den trailer von godzilla angucken der ist zwei jahre alt hier steht's godzilla 2 offiziell fan trailer 2 2018 dann gucken wir uns mal an schon mal schön die erde zu sehen also wunderschön die hochwertigkeit grafik ist jetzt nicht so angemessen ist in ordnung ja da wurde zu tun zu stellen wahrscheinlich gut zu erlaubt hat wo wie immer eigentlich genau Das Kraftwerk dort, was da eben war, kenne ich irgendwo, ja? Aus dem Film eigentlich jetzt. Den kenne ich auch aus irgendeinem Film. Godzilla jetzt. Das ist ein guter Deutsch, oder? Okay. Du hast ein Fan-Trailer. Ja. Kennen wir das irgendwo nicht, Herr Godzilla? Morphar? Ja, und dann noch den fetten, goldenen Drachen, ja? Ich glaube, da gibt es Schaden für meinen, Bro. Ja, ich glaube, da gibt es Schaden. 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 da kennen wir auf jeden fall schon also ich kenne erkennen schon viele viecher dort perfekt das steht 2018 im titel mai 2014 also ist überhaupt kein klick bett oder es war okay aber ganz interessant ganz okay es geht leute besser ausgesehen aber wenn es euch gefallen hat ihr könnt diesen kanal abonnieren hier werde ich irgendwie noch ein video irgendwo einblenden oder info box abonniert mich dass man leichter schreiben netten kommentar ganz schön leute meine freunde